Musik 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 Ein Gemäuer und herzlich willkommen im Sankt Wendler Land. Gemäuer. 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 Noch etwa 2,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Zielpunkt. Die Tour hat uns eigentlich sehr gut gefallen, auch wenn wir jetzt auf breiten Wegen nur unterwegs waren, aber das war genau das Richtige, denn es hat die letzten Tage fast nur geregnet. Ja, wir hatten jetzt drei Berge in Anführungszeichen erklommen. Einmal den Bosenberg mit einer schönen Aussicht zum Bostalsee, den Briesberg und den Peterberg, wo die Peterkapelle war. Hier noch liebe Grüße an Peter vom YouTube-Kanal Ich am Weg. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann, ciao, ciao! So, und jetzt noch zum Schluss ganz liebe Grüße an Feli und Sascha vom Kanal Saschas Wanderblog. Und lieber Topper, natürlich vergessen wir dich nicht. Hier auch noch liebe Grüße an dich. Also bis dann, ciao! Ciao! Műkömung! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch etwa 2,5 cm, ja. Noch etwa 2,5 km, da sind wir auch schon wieder am Auto. Warum mache ich jetzt schon die Abmoderation? Na, etwa BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Untertitelung des ZDF, 2020